Herzlich Willkommen bei den Möbelmachern in Untergrumbach zum Loser der 181. Wir sind alle geimpft und wir danken unseren Kunden für ihre telefonische Anmeldung. Denn so haben wir ganz sicher Zeit für Sie und Holz für all Ihre Wünsche ist bei uns sowieso genug gemacht. Na, die machen ja coole Möbel. Sollte unser 100-seitiges Jahrbuch noch nicht bei Ihnen angekommen sein, schicken Sie uns einfach Ihre Adresse und bitte füllen Sie auch wieder fleißig unseren Frageboten aus, indem es diesmal auch um Sexismus oder nicht geht. Außerdem widerrufen wir alle darin notorisch beglaubigten Altersangaben, denn wir sind in Wahrheit doch alle viel viel jünger. Zusammen mit unserem Taibo-3-Spezialisten Erwin Knoll haben wir eine Massivholzküchensuchmaschine erstellt, die Sie unbedingt mal ausprobieren und uns danach Ihre Verbesserungsvorschläge schicken müssen. Suchen Sie nach Ihrer Lieblingsholzart oder und die Küchenform, die Art der Fronten, das Arbeitsplattenmaterial oder Ihre Wunschgeräte und es werden mit einer Schlagwortwolke alle Küchen angezeigt, die diesen Kriterien entsprechen. Na, die machen ja coole Möbel. Um die Kochinsel auf voller Breite nutzen zu können, aber trotzdem ab und zu auch mal die Terrassenjür ganz aufmachen zu können, haben wir eine Klappe eingebaut, die ganz einfach und schnell zu bedienen. Die Kundin belohnte uns mit der schönsten Küchen-Umbau-Dokumentation der Möbelmacher-Geschichte. Das müssen Sie sich unbedingt anschauen. Unsere Rüster-Ausstellungsküche fand neue Besitzer und die neue wird höhenverstellbar und aus Eiche sein. Sollten Sie in zwei, drei Jahren eine Küche dieser Größe brauchen können, sprechen Sie uns an. Noch könnten wir Ihre persönlichen Wünsche gleich mit integrieren. In einem Wohnzimmer in Hohenstadt stellten wir ein Lowboard für die Hi-Fi und TV-Anlage nebst Vitrinenschrank mit ganz viel Stauraum. Erich und Marianne bezeichnen das Möbel als Raumwunder, präsentiert von unserer Praktikantin Simona. Zusammen mit der Firma Antietstein, die die meisten wegen ihr tollen Holzschalosien kennen, haben wir in unserer Ausstellung ein Riesenrollo mit Fotodruck zur Beschattung installiert. Immerheberlein zeigt, wie sie funktioniert. Denn auch die funktionale und ästhetische Fenstergestaltung zählt zu unseren Aufgaben. Endlich steht einer unserer höhenverstellbaren Schreibtische auch mal in einem Lehrerzimmer. Eigentlich gehören sie ja überall hin, wo man mehr als eine Stunde arbeitet. Wer sie mal erlebt hat, möchte nicht mehr darauf verzichten. Unser neuer Schreiner Peter Schmidt präsentiert einen der ersten Eckschrankauszüge, die in Deutschland eingebaut wurden. Diese wirklich faszinierende Technik namens Flybox können wir ab sofort einbauen, wenn ein Eckschrank die beste Lösung für den Grundriss ist. Wir haben wieder neue Videos mit Lene Heberlein im Neustädter Blockhaus geschnitten, in denen auch die Spiegel von Zierrad installiert sind, die sie jetzt bei uns kaufen können. Im Internet gibt es einen wunderbaren Konfigurator dafür. Bitte melden Sie sich einfach immer an, wenn Sie uns besuchen möchten. Wir freuen uns drauf. Bis bald! Na die machen ja coole Möbel. L德 in Deutschland Vielen Dank.